Hey, im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euch Fabi Konsolenausgaben machen könnt. In diesem Fall haben wir jetzt hier einen 1.14.3 Server und ihr seht jetzt im Hintergrund meine Clips und hier im Vordergrund meine Konsole. Und gleich, wenn unser Plugin-Tutorial geladen wurde, nachdem die Welten geladen worden sind, seht ihr, dass wir Fabi-Ausgaben haben. Als erstes wird in rot gezeigt, dass das Ganze jetzt in den Startup gegangen ist und in grün ist, dass das Tutorial-Plugin erfolgreich geladen worden ist. Ja, und wie das Ganze funktioniert, seht ihr nach dem Intro. So, und nun möchte ich euch zeigen, wie ihr das Ganze implementieren könnt. Also, ihr wollt ja in diesem Fall Fabi-Ausgaben machen, dementsprechend müsst ihr einmal einen Console-Command-Sender implementieren. Console-Command-Sender. Und das ist in diesem Fall, ziehen wir den von bucket.get-console-sender. Das heißt, damit ziehen wir sozusagen die Hauptkonsole her. So, und jetzt können wir halt einfach hier in diesem Fall Sender.send-Message machen. Und in diesem Fall können wir die halt fahrig machen, zum Beispiel jetzt hier, ich mache das jetzt mal mit CR4. Startup-des-Servers...des-Plugins-Tutorials. Und dann machen wir jetzt nochmal am Ende der Ausgabe. HFA. Startup-des-Plugins-Tutorials. Ist abgeschlossen. So, und wie ihr seht, das haben wir jetzt hier mit den farbigen, äh, Konsole, ähm, also mit den farbigen IDs. Ihr kennt die Farb-IDs vielleicht, ne, ähm, ansonsten könnt ihr das auch einfach googeln, bucket-farb-codes, da befindet man das. So, und, ähm, wie das Ganze nun funktioniert, seht ihr jetzt gleich, ich starte jetzt einfach mal die Konsole. So, und nun befinden wir uns hier in der Konsole, wie ihr seht, das ist ein outdated Build, dementsprechend habe ich jetzt 20 Sekunden Zeit, bis das Ganze effektiv starten wird. Hat den Vorteil, dass wir hier ein bisschen mehr Zeit zum erklären haben. Ihr seht, der Server startet jetzt, und jetzt müsst ihr gleich, wenn das Plugin geladen wird, das müsste nach der Welterstellung passieren, oder vielleicht schon jedenfalls vorher, es kommt drauf an, je nachdem, wann der Teil geladen wird, aber an sich grundsätzlich immer zum Schluss. Müsstet ihr gleich sozusagen diese farbigen Ausgaben sehen. Das seht ihr jetzt in diesem Fall, je nach dem Blick müsste es genau jetzt passieren. Startup des Plugins Tutorials, Startup des Plugins Tutorials ist abgeschlossen. Und so könnt ihr dann prinzipiell halt eure eigenen farbigen Ausgaben in der Konsole machen. Ihr könnt damit natürlich ganz große Sachen machen, und natürlich euer Plugin fällt deutlich eher auf. Vor allem, wenn es Fehler gibt, könnt ihr die super in Rot machen, die fallen richtig gut auf. Eines der Nachteils wird natürlich euch nicht in den Logs angezeigt, in der Farbe. Ansonsten aber eine nette Sache. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst euch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss.